Ja, moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Neben dem Kaufpreis ist ja vor allem die geringere Reichweite eines dieser Gegenargumente für Leute, die sich vielleicht für Elektromobilität interessieren, aber noch zögern, sich ein Elektroauto zu kaufen. Das heißt, die Preise sind im Prinzip immer zu teuer und die Reichweite ist viel zu gering. Gut, bei den Kosten wurde jetzt massiv nachgesteuert. Da gibt es jetzt ziemlich hohe Fördersummen. Das heißt, die Einstiegspreise für ein Elektroauto sind teilweise unterhalb eines vergleichbaren Verbrenners im Moment. Deswegen findet momentan auch ein relativ großer Run auf Elektroautos statt. Einige Modelle sind tatsächlich ausverkauft oder monatelang nicht lieferbar. Aber mit der Reichweite, da hapert es zumindest gefühlt bei vielen Leuten noch. Wobei es eigentlich ja so ist, dass jeder Deutsche statistisch gesehen nur 40 Kilometer am Tag Reichweite benötigt. Das ist Fahrten zur Arbeit, Fahrten zum Einkaufen, zum Sport, in der Gegend herumfahren. Und das macht insgesamt statistisch gesehen nur 40 Kilometer am Tag aus. Das heißt, Reichweite wird doch ein bisschen überschätzt. Aber wie ist denn das? Was kostet mich denn überhaupt der Kilometer Reichweite bei den aktuell verfügbaren Elektroautos? Diese Frage habe ich mir mal gestellt und ich habe jetzt hier eine Liste zusammengestellt von 31 aktuell verfügbaren Elektroautos. Wie ist da das Verhältnis von Kosten zu Reichweite? Das ist eine ziemlich interessante Statistik. Deswegen bleibt dran! Die Zeitschrift Auto Motorsport hat eine interessante Umfrage gestartet, an der über 28.000 Teilnehmer beteiligt waren. Und zwar war die Frage, ab welcher realistischen Reichweite ist ein Elektroauto für sie interessant? Und immerhin 44 Prozent der Teilnehmer haben gesagt, naja, also 350 Kilometer oder da drunter würde mir auch schon reichen. Aber 56 Prozent, und das ist natürlich die Mehrheit, haben gesagt, nee, mindestens 400 Kilometer müsste so ein Elektroauto kommen. Vorher ist das nicht für mich interessant. Gut, jenseits der Statistiken bezüglich der täglichen Fahrstrecke, die jeder Deutsche eigentlich im Schnitt zurücklegt, ist das natürlich erstmal Fakt. Das heißt, wir wollen eigentlich Elektroautos mit hoher Reichweite haben. Aber hohe Reichweite heißt natürlich auch große Batterien. Und dann heißt es natürlich, die Autos werden automatisch teurer. Es gibt natürlich Autos, die auch mit kleineren Batterien ziemlich weit kommen. Genauso gibt es Autos, die mit großen Batterien gar nicht so weit kommen, wie man eigentlich erwarten würde. Das heißt, wir müssten eigentlich mal gucken, was kostet mich eigentlich der Kilometer Reichweite bei den verschiedenen Modellen, die es heute im Jahr 2020 so auf dem Markt gibt. Und diese Statistik habe ich mir mal erstellt. Und zwar anders als Robin von RobinTV es gemacht hat. Schöne Grüße an dieser Stelle. Er hat halt nur die Fahrzeuge genommen, die über 400 Kilometer kommen. Ich habe mir mal so eine Art Marktüberblick verschafft. Also von allen Elektroautos, die es momentan so auf dem Markt gibt. Und eine Tabelle erstellt, was kostet denn der Kilometer Reichweite. Und da kommen sehr interessante Werte dabei raus. Ich bin so vorgegangen, dass ich mir den Listenpreis genommen habe, den ich auf den Herstellerseiten gefunden habe. Und dann habe ich dann schon die Förderung abgezogen. Das heißt, das ist natürlich auch für jedes Auto unterschiedlich. Die einen Autos haben die volle Förderung. Andere Autos haben nur die mittlere Förderung. Und einige, die zu teuer sind, haben gar keine Förderung. Das heißt also, ich habe den Preis, den man wirklich als Kunde bezahlt, versucht zugrunde zu legen. Und dann die WLTP-Reichweite genommen. Denn ich muss ja irgendeine genormte Größe haben. Das heißt, die WLTP-Reichweite, die von jedem Hersteller als Normreichweite für das spezielle Auto angegeben wird. Klar, wir wissen, dass tatsächlich im realen Leben die WLTP-Reichweite nur von wenigen Autos wirklich erreicht wird. Aber ich muss eine genormte Größe haben, sonst hat das irgendwie keinen Sinn. So, und dann kommt natürlich eine Tabelle raus und eine Rangfolge von 31 Autos, die ich genommen habe. Und die ist ziemlich interessant. Und da steigen wir doch jetzt gleich mal ein. So, es ist nicht verwunderlich. An letzter Stelle Platz 31 der Porsche Taycan Turbo S. Er ist natürlich mit dem Listenpreis von über 180.000 Euro und der WLTP-Reichweite von 412 Kilometer am uneffektivsten, was den Euro pro Kilometer angeht. Da liegen wir nämlich bei 439 Euro, den man pro Kilometer Reichweite berappen muss. Die beiden Brüder Taycan Turbo und Taycan 4S folgen danach. Die sind natürlich deutlich günstiger. Das heißt, der Euro pro Kilometer sinkt jetzt plötzlich drastisch. Beim 4S liegt er nur noch bei 253 Euro pro Kilometer Reichweite. Als nächstes Platz 28 kommt der e-tron 50 mit seinen 70.000 Euro rund und 339 Kilometer Reichweite ist sein Wert pro Kilometer bei 207 Euro. Danach der Audi Sportback 55 und der e-tron 55 liegen relativ dicht beieinander. Der e-tron 55 ist dann bei 183 Euro pro Kilometer. Dann kommt schon der erste Tesla, nämlich das Model X auf Platz 25. Bei dem Preis von rund 85.000, 86.000 Euro, Liste 507 Kilometer Reichweite, kostet mich der Kilometer 170 Euro. Jaguar I-Pace auf Platz 24, da kostet mich der Kilometer Reichweite 160 Euro. Dann der neue BMW i3X, gerade eben vorgestellt, hat einen relativ teuren Einstiegspreis und 450 Kilometer angegebene Reichweite, macht 151 Euro, damit auf Platz 23. Platz 22, der Mercedes EQC, 471 Kilometer soll er weit kommen, 148 Euro pro Kilometer würde mich das kosten. Der nächste Tesla auf Platz 21, das Model S in der Long Range Variante, 610 Kilometer Reichweite, ist tatsächlich die höchste Reichweite hier im gesamten Feld. Da der Preis aber relativ hoch ist, muss man immer noch 131 Euro pro Kilometer Reichweite berappen, deswegen Platz 21. Platz 20, der erste Kleinwagen und damit ganz schön übel, dass er so weit oben steht oder auch unten, je nachdem von welcher Seite man das betrachtet, der Honda e. Der Listenpreis ist relativ hoch für so einen Kleinwagen, aber die Reichweite ist dann auch wieder gering, 220 Kilometer WLTP, macht 109 Euro, den man pro Kilometer Reichweite bezahlen muss. Danach folgt schon das Tesla Model Y, Platz 19, gibt es noch nicht in Deutschland, aber ab nächstem Jahr, deswegen ist es hier auch schon mit drin, hat 505 Kilometer Reichweite und die bezahlt man mit 106 Euro pro Kilometer. Platz 18, der Polestar 2, ist jetzt relativ günstig zu haben, dank Förderung 470 Kilometer angegebene Reichweite und da liegen wir jetzt schon unter 100 Euro pro Kilometer, nämlich bei 98 Euro pro Kilometer Reichweite. Platz 17, Tesla Model 3 Standard Range, ja unter 40.000 Euro der Preis, 409 Kilometer Reichweite, daher 98 Euro, also gleich auf mit dem Polestar, hier kommen die Platzierungen durch Werte hinter dem Komma zustande, die habe ich hier nicht mehr aufgelistet. Platz 16, Hyundai Ioniq, mittlerweile doch für rund 25.000 Euro zu bekommen, laut Liste und Förderung 280 Kilometer angegebene WLTP-Reichweite, macht 91 Euro pro Kilometer Reichweite. Da hätten wir doch irgendwie gedacht, also ich zumindest, dass der doch besser platziert ist. Platz 15, Mini SE Electric, 250 Kilometer angegebene Reichweite, macht auch 91 Euro, unterscheidet sich über die Kommastellen von dem Ioniq, deswegen ein bisschen besser platziert. Das nächste Tesla Model, Tesla Model 3 Long Range, 560 Kilometer Reichweite und daher nur 88 Euro pro Kilometer bei dem angegebenen Preis. Der kleinste von allen, oder naja, fast der kleinste von allen, Smart EQ44. Preislich ist er ja in ganz attraktiven Regionen mittlerweile, aber nur 150 Kilometer Reichweite, deswegen ist er fast so teuer, was den Kilometer angeht, wie ein Tesla Model 3. Nämlich 87 Euro pro Kilometer Reichweite. Platz 12, BMW i3, 359 Kilometer Reichweite angegeben, 81 Euro kostet mich das pro Kilometer. Platz 11, Nissan Leaf, 62 Kilowattstunden und hat 385 Kilometer Reichweite, macht 76 Euro pro Kilometer. Jetzt kommen wir in die Top 10 und da ist der ID.3 400 Kilometer angegeben und 75 Euro würde mich das kosten pro Kilometer, macht zusammen knapp unter 30.000 Euro. Platz 9, Hyundai Kona, 64 Kilowattstunden, rund 31.000 Euro kostet er mit Förderung, 484 Kilometer Reichweite hat er, was am Ende 66 Euro pro Kilometer Reichweite ausmacht, die man bezahlen muss. Platz 8, Kia e-Niro, 64 Kilowattstunden, knapp unter 30.000 Euro Einstiegspreis, 455 Kilometer WLTP Reichweite, macht 64 Euro pro Kilometer Reichweite. Skoda Citygo e-Niro, rund 15.000 Euro soll er jetzt kosten, 252 Kilometer Reichweite WLTP und 62 Euro pro Kilometer wäre dann der Endstand. Platz 7, Platz 6, Kia e-Soul, 27.000 Euro rund, der Einstiegspreis, 452 Kilometer WLTP, macht auch 62 Euro pro Kilometer. Peugeot e-Niro, 28.000 Euro kostet in der Basisversion rund 20.000, mittlerweile 340 Kilometer Reichweite angegeben und er liegt knapp drunter unter dem Kia, nämlich 61 Euro pro Kilometer Reichweite. Platz Nummer 4, Corsa e, natürlich der kleine Bruder oder die Schwester vom Peugeot, ist ein bisschen billiger, hat ein bisschen weniger Reichweite, ist trotzdem ein bisschen besser platziert, nämlich bei 60 Euro pro Kilometer Reichweite. So, jetzt kommen wir zu den Top 3. Wer fehlt noch? Renault Zoe, ZD50 Live, ab 21.000 Euro und Renault gibt ja sogar noch ein bisschen mehr Rabatt, deswegen ist das hier so günstig. Das ist natürlich inklusive Kaufbatterie, also ohne Batteriemiete, sondern mit gekaufter Batterie. 395 Kilometer angegebene Reichweite, macht zusammen 54 Euro pro Kilometer Reichweite. Platz Nummer 2, VW e-Up. 12.000 Euro rund der Einstiegspreis, 260 Kilometer Reichweite angegeben, macht zusammen 48 Euro pro Kilometer Reichweite. Und jetzt Platz Nummer 1, es ist der Seat Mi Electric. Knapp 11.000 Euro kostet er, auch 260 Kilometer Reichweite, das heißt er ist ein bisschen günstiger als der e-Up, von daher logischerweise Platz 1. Hier zahlt man pro Kilometer Reichweite 43 Euro. Ja, das war also erstmal die Statistik. Natürlich traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ich habe sie natürlich nicht gefälscht, sondern sie ist von mir so errechnet worden. Interessante Werte, also die Diskrepanz zwischen dem Seat Mi Electric und dem Porsche Taycan. Der Porsche Taycan kostet fast zehnmal mehr pro Kilometer Reichweite als ein Seat Mi Electric. Ja, natürlich ist der Porsche auch ein zehnmal besseres Auto. Ja, das würde ich nicht sagen, ein ganz anderes Auto. Es ist ein Sportwagen einer Luxusmarke und der Seat Mi Electric, natürlich ist es ein Kleinwagen der günstigsten Klasse. Und für Leute, die sich aber nur einen fahrbaren Untersatz kaufen möchten, ist das natürlich interessant zu schauen, wie viel muss ich bezahlen, um möglichst weit zu kommen. Und einen Screen habe ich noch zum Schluss, nämlich das Verhältnis von WLTP-Reichweite zu Euro pro Kilometer. Und da kommt nochmal eine etwas andere Reihenfolge raus. Und hier ist ein ganz klarer Sieger, der Hyundai Kona, 64 Kilowattstunden und die Renault Zoe und der Kia eSoul. Die liegen alle drei quasi bei einem gleichen Quotient von 7,3. Das heißt, hier bekomme ich im Prinzip für mein Geld die meiste Reichweite. Und die anderen Plätze könnt ihr hier dann sehen. Der Porsche Taycan bleibt Schlusslicht mit 0,9. Das heißt, da kann man leider nichts dran rütteln. Wer so teuer ist, der muss halt damit leben, dass er am Ende steht, was diese Statistik angeht. Dafür hat der Porsche natürlich ganz andere Qualitäten und steht an vielen Statistiken auf Platz 1. Aber für den Euro pro Kilometer hat er leider gar keine Chance. So, das waren also meine statistischen Werte, die ich für euch jetzt mal zusammengestellt habe. Welchen Wert hat das jetzt? Naja, also vielleicht kann sich der ein oder andere mal überlegen, wie viel er jetzt eigentlich für sein Auto bezahlt, wenn er das mal auf den Kilometer Reichweite hochrechnet und ob er das dann noch gut findet. Vielleicht ändert sich ja die ein oder andere Kaufentscheidung dadurch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir natürlich einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.